opa okay auch interessant ist das hier ein tower defensor geht ja auch vom weg auf jeden fall nicht getroffen werden die alte grenzwacht einfach mal reingehen einfach mal gucken ganz schön viele hier hier sind auf jeden fall leute ups ja Ja. Okay. Ähm, wie löst das Wasser fern aus? Auf ihn! Ist das hier dahinter? Wo sind die? Ist das die Frage, ob der Rest dran vorbei ist, ohne irgendwas auszulösen? Oder macht das dann auch wieder Boom? Wie gemein! Der läuft da durch und springt sich selbst in die Luft. So, bin ich hier bei der Al-Qaida oder was? Ich bleib jetzt hier, soll den kommen. Da bin ich jetzt nicht getroffen. Dauern bis. Er bewegt sich jetzt gar nicht mehr oder was? Hallo? Na komm! Ich bin noch da! Der läuft da wieder durch! Aktivier's! Oh, ich hör ihn! Na komm! Komm doch! Kann ich das eigentlich mit einem Pfeil kaputt schießen? Habe ich noch einen Pfeil dabei? Ähm, einen Bogen dabei? Ey! Ich sehe es gar nicht! Geht nicht! Schade! ! Der war es doch, ne? Mach die Tür auf! Ich warte! Geht kaputt! Hallo? Kann er mal da durchlaufen bitte? Ja ist ja gut! Kannst du mal bitte da jetzt durchlaufen? Das war ich! Super! Ah es bewegt sich! Da macht das kein Boom? Der verarscht mich doch! Mach nur Boom wenn ich durchlaufe oder was? Das ist ne verarschung! Oh super! Aha! Aua! Uff damit! Das tut weh! Ah der ist jetzt deaktiv! Nicht hab Angst! Kann ich das durchlaufen und dass irgendwas passiert? Ich hoffe! Bitte! Oh! Glück! Mann der ist doch leer! Ich trau den ganzen Sachen hier nicht mehr! Ja guck mal das ist auch schon wie so ne Platte wenn man nicht rausreden darf! Also da geht's doch! Oh ey! Da geht's doch raus! Was? Was will ich umdruf? Die Knochen schnüre! Achso du meinst ja die dinge die hängt! Ja ich war mir nicht sicher Ob die äh Ob das auch explodiert wenn ich da rechts an den Knochen schnür vorbeigelaufen wäre Was halt nur komisch war Vorhin einmal ist er dahin Hat die Tür aufgemacht Ich stand in der Nähe Boom! Dann hab ich mal weiter weg gewartet Er läuft durch die Tür Keimboomen! Hm! Ja wie gesagt beim ersten Mal hat das ja MPC rausgelöst und zweitmal du leider nicht Ist ja jetzt erstmal in die Wild Irgendjahrs weitergekommen Na wo sind die? Da! Hallo! Mädels! Daneben! Hier geht aber schon! Verdammt! Eiländer! Ja! Ah! Ähm... Gleich bin ich weg! Ja jetzt ist eigentlich besser Das wird ja gar nichts Loll! Das waren zu viele Kann man die auch eins in den Pulten? Ich sollte die auch mal mehr blocken. Puh, wie viel sind das? Nummer eins, lol, hehehe, der Endo voll voll seine Kameraden bekommen. Nummer zwei, komm. Ey, nix Heilung hier. So, du bist weg. Ja, natürlich, so, ne? Komm, schließt dein eigenes Kumpel ab. Das ist viel geiler. Was du? Jetzt! Ich muss mich irgendwo lassen. Danke. Ist das alles? Ui. Und ist das hier nicht auch so, dass man mit schwerer Rüstung eher laut ist beim Schleichen? Dass das dann trotzdem hören oder so? Ich hab ne schwere Rüstung halt an, ne? Ich weiß nicht, ob ich das schon das richtige geskillt habe. Ach, nicht Magie. Lelelelele, Essen. Oh. Ich bin Level 19. Immer noch, tatsächlich. Ich hab halt lange nicht gespielt gehabt. Weil ich das wunderschöne New World Event mitgezockt habe. Dann hatte das halt ein bisschen Vorrang gehabt. Ah, blöd. Okay. Zu viel gedrückt. Ach, cool, ist zu wissen. Erstmal jemanden. Ich verdäme komische Geräusche. Okay, das ist eine Frau, die in der Ecke rotzt. Kann ich? Ne. Schade. Bissen. Das hat mich auf jeden Fall schon entdeckt. Boom. Oh. Jetzt hat sich ein Schild draufgegeben. Kann das sein? Boah. Jetzt will ich dich hoch. Damit du zuerst erst mal unterbrochen bist. Du machst ja auch nicht mehr. Uh. Aua. Ich wollte jetzt mal an den Schlüssel. Okay. Nein, ich wollte hier nicht das Schild mitnehmen. Ich wollte hier den Trank mitnehmen. Und da habe ich mir kommen. Gehe ich jetzt erstmal hier weiter? Ich gehe erstmal hier weiter. Ja. 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 also jetzt von der von der wirtin eben oder was das würde ich noch mal sehen hat sie dieses blackface backup aufgarten ich bin ja ja das ist wahrscheinlich eine mod jetzt ist die frage ob es gibt es ja es gibt es ja bei skyrim ja auch diesen fehler diesen bug wenn man da irgendwelche mods hat die nicht miteinander kompatibel sind aber dann gibt es halt so einen fix für einen fixen mod ich weiß nicht ob die hierfür auch funktioniert warte mal ich warte doch wo bist du da bist du was war denn da das sehe ich nicht ja müssen wir nachher entweder ausprobieren oder gucken welche mod das ist ja klar Komm halt da rauf, komm halt da rauf, komm halt da rauf, komm da nicht rauf. Ja rauf. Scheiße. Ja das stimmt. Ja das stimmt. Oh, küsse. Na, krieg ich noch nicht auf. Moment. Hatte ich nicht diese Schriftrolle gehabt? Ist das auf die Tür verschlossen was? Hat der doch da ne Schriftrolle bekommen oder? Ist das jetzt die Frage? Rolle des magischen Schlüssels Experte. Ah! Die sollte eigentlich zu sein oder? Wäre lustig wenn ich da jetzt nicht durchlaufen könnte. Doch kann ich. Dann gucken wir es mal hier. Ja das kriege ich aber auch nicht auf. Okay die Schriftrolle ist halt für eine Experten Tür. Ich weiß nicht ob das Wacet ist wenn ich dafür diese Tür öffnen will. Sieht wahrscheinlich auch nicht so aus als wäre irgendwas dahinter. Irgendwie sehe ich dahinter direkt Wand. Ja eben. Das ist halt Verschwendung. Das ist halt das Ding. Ich sollte vielleicht. Ist da was Gutes drin? Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen Schlosser knacken und skillen. Und nicht immer nur auf Kampf. Ich muss in der Höhle einfach merken und wenn ich dann irgendwann mal Geselle habe. Dann mache ich die Tür mal auf. Die Höhle war jetzt hier. Älter Grenzwang. Das kann ich mir merken denke ich. Wohin gehe ich denn jetzt? Geh warte mal hier lang. Was haben wir hier? Das ist genau wie meins. Das ist genau wie meins. Man kann sich das ja aufschreiben. Es ist halt die Frage wo ich das ja auch wirklich mache dahin wieder zurück zu gehen oder so. 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 Die Ruine von Thur, ist die zu schwer? Geh vorbei, ich werde zu bergen, wenn es zu schwer ist. Hm, okay. Hm, na klasse. Boah, Junge. Wenn du stirbst, stirbt dein Tier auch, äh, dein Ding. Okay, dieses Teil sieht mich gar nicht erst. Wo ist der Zauberer? Der Caster, da. Ähm, okay, meine AP hat keinen Bock mehr. Die geht einfach runter. Kann ich heil mit essen? Ich hoffe. Äh, das geht nicht auf. Ach, da kommt. Hat doch schon öfters gehabt, dass ich so lange vergiftet war, dass gar nichts mehr geholfen hat. Moin. Hier wird nicht gekrasst. Wo bist du? Bin ich dumm? Wo ist die? Da bist du. Der hat sich gar nicht bewegt gehabt, lolle. Wo ist das denn da drauf? Wo ist das denn mitnehmen? Wo ist das denn mitnehmen? Das ist ein Fleisch. Oh Gott, die ist leer. Hier gibt es bestimmt irgendeinen Schalter. Was ist das denn da drauf? Ah, nee. Ah. Ich habe aber eher das Gefühl, wenn ich den drücke, bewegt sich das Ding. Man kann es ja versuchen. Ich habe Angst. Oder beides. Gut, wie wir es gesehen haben. Das hat mich so aus dem Leben gekickt, glaube ich. Ja. Ich bin halt zu laut. Aber ist okay. Aua. Ah, okay. Das erinnert echt an diese... Boah, wie hieß das immer? Diese erste Höhle? Oder das erste Ding jetzt, was man in Skyrim besucht? Da hast du ja auch diese zwei Tore. Bei denen ich drücke, geht das eine dazu und das andere geht auf. Okay. 50% waren richtig. Oh, auch Geselle. Sollte echt mal schneller Knacken skillen. Auf dich. Auf dich. Hatschen. Haha. Hallo? Du willst die Höhle? Da bist du. Die Sahne. Und... Okay. Das war ein besonderer plizidierter Name. Wie krass ist es hier? Nee, da wo du diese äh goldene Klaue äh sammeln musst. Ich hab Silberschlüssel in Schüssel gelesen. Ähm... Hä? Irgendwas mit Hügelgrab war das glaube ich. Das könnte so heißen. Also die Quest könnte so heißen. Ich weiß es gar nicht. Ölsturz Hügelgrab. Ölsturz Hügelgrab. Ich glaube süß das. Ölsturz Hügelgrab. Die weint ja. Oh. Warum die Chün Hügel? So. Wo ist das denn eigentlich schon? Ich könnte da unten noch weiter gehen. Aber von wo bin ich gekommen? Bin ich von da gekommen? Ich glaube ja. Okay. Geil. Okay. Haben wir das auch mal gemacht? Nein, ich spiele kein New World gerade. Da hast du ja vorher, dass du maximal 50% deine HP als Fall Damage hast. Aber hier geht's ja sofort down, wenn du von zu hoch runter springst. Und deswegen äh lieber nicht machen. Uh. Der hat keine Angst? Gut. Dann gucken wir mal weiter. Ein wunderschöner See. Okay. Komm. Ich drücke auch. Ich meine, ich kann auch über Tab da reingehen. Aber ich muss abgewöhnen. Bei E ist das.